Wählduell im französischen Präsidentschaftswahlkampf hat heute die letzte Fernsehdebatte zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen stattgefunden. Wer hat die Wählerinnen überzeugt? Rund um das Wahlarztsystem in Österreich ist eine Diskussion entbrannt. Zu Gast im Studio ist dazu Andreas Hus, Vizeobmann der österreichischen Gesundheitskasse. Und für seine Irrwege entschuldigt sich Musiker Xavier Naidoo. Er distanziert sich von seinen eigenen Verschwörungserzählungen. Wir beginnen die Sendung auch heute mit einem Blick in die Ukraine. Einen schönen Abend, ich begrüße Sie zur Zipnacht. Russland hat seine Angriffe im Osten des Landes verstärkt. In der eingenommenen Stadt Mariupol spitzt sich die Lage weiter zu. Hilferufe kommen aus dem Asov-Stahlwerk, dem letzten Ort der zerstörten Stadt, wo ukrainische Soldaten noch Widerstand leisten. Auch Zivilistinnen und Zivilisten sollen noch in dem Stahlwerk festsitzen. Fluchtkorridore aus Mariupol sind heute erneut gescheitert. Unterdessen hat EU-Ratspräsident Charles Michel heute den ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen und den zerstörten Kiewer Vorort Borodyanka besucht. Es gibt keine Worte, um zu erklären, was ich fühle. Nicht als Präsident des Europäischen Rates, sondern als Vater, als Mensch. Dies sind Gräueltaten. Es handelt sich um Kriegsverbrechen, zeigt sich Michel bestürzt. Seit Kriegsbeginn habe die EU die Ukraine mit 1,5 Milliarden Euro an Militärhilfe unterstützt. Wir kommen nach Österreich. Da sorgt die Organisation des Gesundheitssystems seit Tagen für Aufregung. Konkret geht es um den niedergelassenen Bereich mit seinen Wahlärztinnen. Angestoßen hat die Debatte der Vizeobmann der österreichischen Gesundheitskasse, der das Wahlarztsystem abschöpfen will. Mit ihm spreche ich gleich zuvor aber noch die Argumentation der Ärztekammer. Wahlärzte werden mehr, Kassenärzte weniger. Das ist schon länger ein Trend. Patienten stehen österreichweit rund 11.000 Wahlärzte, aber nur 8.300 Kassenärzte zur Verfügung. Doch warum bleiben Kassenstellen unbesetzt? Ja, es ist offensichtlich für junge Kolleginnen und Kollegen wesentlich attraktiver, im Wahlarztsystem tätig zu sein, wo sie sich länger für Patienten einsetzen können und Rahmenbedingungen finden, die ihrer Vorstellung entsprechen. Und im Kassensystem besteht hier ein großer Nachholbedarf. Heißt, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung. Beim Wahlarzt zahlen Patienten direkt und bekommen 80 Prozent des Kassentarifs, nicht des tatsächlich gezahlten Betrages zurück. Das Wahlarztsystem abschaffen und alle Mediziner ins Kassensystem oder als reine Privatärzte ohne Kostenersatz. Davon hält die Ärztekammer nichts. Es würde unser System schwer an Schwanken bringen, weil es bereits eine ganz wichtige Säule ist in der Versorgung. Und außerdem wird es eine Reduktion der Wahlmöglichkeiten für Patienten. Jeder kann bei uns frei studieren. Und warum jetzt ausgerechnet Medizinerinnen und Mediziner quasi in berufliche Sklaverei getrieben werden sollen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Es ist eine Diskussion, die immer wieder geführt wird, ohne wirkliche gemeinsame Lösungsansätze für das Gesundheitssystem. In unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt Andreas Huss, Vizeobmann der österreichischen Gesundheitskasse. Einen schönen Abend. Schönen Abend, danke für die Einladung. Herr Huss, Ihr Vorschlag, das Wahlarztsystem abzuschaffen, hat für eine Debatte gesorgt. Die Ärztekammer sagt ganz klar, dass das nicht geht. Wie stellen Sie sich das denn vor? Dass es nicht geht, das beweisen die Deutschen, unsere Nachbarn, dass es da sehr wohl geht. Das gibt es in Deutschland nicht, dieses Wahlarztsystem. Es ist entstanden in einer Zeit, in der wir zu viele Wahlärzte oder zu viele Ärzte insgesamt ausgebildet hatten. Wir hatten damals von einer Ärzteschwemme gesprochen und wir haben dann ein Wahlarztsystem eingeführt, um auch diese zu vielen Ärzte entsprechend zu beschäftigen. Heute haben wir das andere System oder das andere Problem, dass wir eben zu wenig Kassenärzte haben und das ist das Ziel hinter diesen Anstrengungen. Es geht mir nicht darum, irgendetwas abzuschaffen, sondern es geht mir darum, mehr Kassenärzte ins Kassensystem zu bekommen, dass wir wirklich eine Vollversorgung für alle Menschen haben. Wahlärzte versorgen vor allen Dingen Menschen, die sich es leisten können oder leisten wollen, dass sie zum Wahlarzts gehen. Das betrifft aber nicht alle Menschen. Es können sich nicht alle Menschen leisten. Mein Anspruch an ein solidarisches Gesundheitssystem ist es, dass wir für alle Menschen in Österreich ein einheitliches, öffentliches Kassenarztsystem haben, ohne Zuzahlungen, das allen Menschen niederschwellig zur Verfügung steht. Und das ist das Ziel. Dazu brauchen wir mehr Kassenärzte und weniger Wahlärzte. Viele Ärztinnen und Ärzte sagen, dass Kassenstellen für sie weniger attraktiv sind. Das hat auf der einen Seite mit den Honoraren zu tun, das hat auf der anderen Seite aber auch mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Wäre es nicht viel eher die Aufgabe, die Kassenstellen zu attraktivieren, dass die Menschen dahin freiwillig gehen, ohne sie dazu zwingen zu müssen? Also der Rechnungshof hat das ja den klaren Auftrag gegeben, nämlich dieses System zu überarbeiten und hat auch festgestellt, dass Wahlärzte weniger verdienen als Kassenärzte. Kassenärzte müssen dafür aber mehr arbeiten. Ein Kassenhausarzt verdient vor Steuer als persönliches Einkommen und da sind die Honorarkosten oder die Ordinationskosten schon abgezogen. 150.000 Euro im Jahr, umgerechnet auf ein Arbeitnehmernettoeinkommen sind das 6.000 Euro netto 14 Mal im Jahr. Also das ist sicherlich kein schlechtes Einkommen. Was stimmt? Kassenärzte müssen sich an Regeln halten. Sie müssen Mindestordinationsöffnungszeiten haben, sie haben keine Niederlassungsfreiheit. Sie müssen sich dort niederlassen, wo wir als Kasse sagen, da brauchen wir die Versorgung für die Menschen. Sie müssen sich bei der Rezeptur an Vorgaben halten und sie müssen sich einfach an Regeln halten. An all diese Regeln müssen sich Wahlärzte nicht halten. Deshalb ist das Wahlärztesystem attraktiver, verdienen, tun aber nachweislich Kassenärzte besser. Die Landeshauptmann-Stellvertreterin in Oberösterreich, Christine Haberlander, hat heute auch einen Vorschlag gemacht, wie man dieser Entwicklung entgegenwirken könnte. Und zwar, dass Wahlärzte bestimmte Aufgaben verpflichtend übernehmen. Wäre das für Sie auch ein vorstellbarer Lösungsansatz? Das wäre so ein Kassenarzt-Light. Über das kann man natürlich diskutieren. Ist für mich nicht die Optimalvorstellung, aber es freut mich insgesamt, dass auch die Länder ihre Notwendigkeit sehen, dieses Kassenarzt-System zu stärken und das Wahlarzt-System anzugehen. Denn die Länder haben ähnliche Probleme, wie wir im Kassensystem, dass ihnen die Ärzte aus den Spitälern abwandern, auch ins Wahlarztsystem. Und wir bilden in Österreich auf Steuer- und auf Sozialversicherungskosten zum Teil Ärzte aus, die wir im öffentlichen Gesundheitssystem brauchen, die wir in den öffentlichen Spitälern brauchen, die wir in den öffentlichen Kassenstellen brauchen. Das ist wichtig. Dafür bilden wir Ärzte aus und dafür sollten sie in Zukunft auch zur Verfügung stehen. Aus dem Grund sage ich noch einmal, mir ist es nicht wichtig, etwas abzuschaffen, sondern mir ist es wichtig, das Kassenarzt-System zu stärken. Und mich rufen gerade in den letzten Tagen regelmäßig Wahlärzte an, die mir sagen, sie möchten gerne einen Kassenvertrag, aber sie bekommen ihn nicht, weil wir einen sehr, sehr eingeschränkten Stellenplan haben, den wir mit der Ärztekammer vereinbart haben. Ich möchte diesen Stellenplan aufmachen. Ich möchte jeden Wahlarzt anbieten, in einen Kassenvertrag zu gehen. Entweder mit einer Anstellungsmöglichkeit, mit einer Jobsharing-Praxis. Da gibt es einen bunten Blumenstrauß an Zusammenarbeitsformen für Kassenärzte. Hier haben wir ein breites Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten im Kassenarzt-System. Und das möchte ich den Wahlärzten anbieten. Und da gibt es sehr, sehr viele Wahlärzte, die gerade in dieser Diskussion auf mich zukommen und mir sagen, ich hätte gerne einen Kassenvertrag bekommen, aber nicht, weil der Stellenplan das nicht hergibt. Werfen wir diesen veralteten Stellenplan über Bord, geben wir jedem Arzt, der einen Kassenvertrag möchte, regional natürlich gut aufgeteilt, einen Kassenvertrag. Und dann haben wir eine gute und eine zukunftssichere Kassenarztversorgung. Die brauchen wir. Herr Huss, vielen Dank für das Gespräch. Einen schönen Abend noch. Und wir wechseln jetzt das Thema. Vier Tage sind es noch bis zur Wahl in Frankreich. Heute hat das lang erwartete TV-Duell zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und Herausforderin Marine Le Pen stattgefunden. Bei der letzten Debatte vor fünf Jahren hat Macron Le Pen an die Wand diskutiert. Und auch diesmal hat er klar dominiert, berichtet Leonie Heitz aus Paris. Es ist der Showdown dieses Präsidentschaftswahlkampfs. Zum ersten Mal treten die beiden Rivalen einander gegenüber. Der Ukraine-Krieg ist rasch das beherrschende Thema und die Russland-Nähe von Marine Le Pen. Die schlechte Nachricht für unser Land ist, dass sie von Russland und Herrn Putin abhängig sind. Marine Le Pen verteidigt sich. Sie stehe zu fast allen Sanktionen gegen Russland. Ich habe alle Sanktionen unterstützt, wie die gegen Oligarchen, gegen Banken und so weiter. Die einzige Sanktion, gegen die ich bin, ist das Embargo auf russisches Öl und Gas. Insgesamt verläuft die Debatte ruhiger und mit weniger Beschimpfungen als noch vor fünf Jahren. Doch wie beim letzten Mal stellt sich Emmanuel Macron als souveräner und sicherer heraus. Er reüssiert auf dem Bereich der internationalen Politik und auch auf ihrem Spezialgebiet, dem Thema steigende Preise und sinkende Kaufkraft. Das TV-Duell gilt traditionell als wichtigste Weichenstellung im französischen Wahlkampf. Wer die Debatte gewinnt, der geht normalerweise auch als Sieger aus der Stichwahl hervor. Xavier Naidoo zählt mit über sechs Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Allerdings macht er seit Jahren mit Verschwörungserzählungen und antisemitischen Äußerungen auf sich aufmerksam. Jetzt sorgt ein Entschuldigungsvideo auf YouTube für Aufsehen. Naidoo bittet darin um Verzeihung für sein Verhalten. Durch sein Engagement für die Querdenker-Szene hat Xavier Naidoo seit Ausbruch der Pandemie regelmäßig für Schlagzeilen gesorgt. In seiner jüngsten Videobotschaft schlägt der Sänger plötzlich ganz andere Töne an. Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet und habe sie nicht genug hinterfragt. Habe mich zum Teil instrumentalisieren lassen. Als umstritten gilt Xavier Naidoo schon lange. Seit Ende der 2000er wurde ihm immer wieder Homophobie und Antisemitismus vorgeworfen. Auch seine Nähe zu den sogenannten Reichsbürgern wurde heftig kritisiert. Von all dem distanzierte er sich nun nachdrücklich. Nationalismus, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus sind mit meinen Werten nicht vereinbar. Und ich verurteile diese aufs Schärfste. Als Grund nannte Xavier Naidoo den Krieg in der Ukraine, dem Heimatland seiner Frau. Er habe dadurch gelernt, sich selbst kritisch zu hinterfragen. Der plötzliche Sinneswandel wird im Netz kontroversiell diskutiert. Und wir kommen jetzt noch zum Wetter. Morgen wird es überwiegend sonnig. Dichtere Wolken halten sich vor allem im Süden sowie ganz im Norden. In der Früh ist es noch ziemlich kalt. Am Nachmittag wird es aber recht warm. Bei Höchsttemperaturen von 14 bis 20 Grad. Am Freitag ziehen dann von Italien her Regenwolken auf. Am Samstag ist es meist wieder trocken, föhnig und warm. Damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Das war die letzte Zipp des Tages. Eine schöne Nacht. Bis morgen. Bis morgen.